Wie random will man sein? Fallgeist würde damit mit Ja antworten, denn es ist einfach eine Random-Shop-Aktualisierung erfolgt. Und zwar vor einigen Minuten anscheinend. Wann auch immer, keine Ahnung, aber es muss vor kurzem gewesen sein. Denn wo ich vor einer Stunde euch den Shop gezeigt habe, war der Bereich nicht hier. War der Bereich nicht hier mit den kostenlosen Kudos. Ja, ihr bekommt alle gratis Kudos. Hier hat sich bei mir nichts getan. Hier hat sich bei mir der Bereich aktualisiert, aber nur die linke Stufe hier, also nur diese linke Seite hier. Ansonsten hat sich hier echt komplett was aktualisiert. Mega random. Schreibt mir in die Kommentare, das müsste bei euch auch alles verfügbar sein. Schade, dass das nicht der goldene Boxer ist. Knockout ist nicht der goldene Boxer. Nicht, dass ihr da irgendwie was verwechseln solltet. Ich bin mir sicher, dass das nicht der goldene Boxer ist. Ne, das ist definitiv nicht der goldene Boxer, weil der hätte sonst goldene Handschuhe. Das ist leider nicht der goldene Boxer. Schade, schade, schade. Was haben wir ansonsten noch im Shop? Hotdog? Ich glaube, den Skin gab es mal gratis bei einem Event. Bin mir nicht sicher, aber ich meine schon, dass es schon der gratis Skin ist. Aber cooler Hotdog-Skin für 800 finde ich das eigentlich ganz okay. Okay, ansonsten haben wir hier ein Gesicht. Ja, okay. Kann man auch relativ viel erkennen, GGs. Sonnenbrand. Das ist ein cooles Muster. Das ist ein cooles Muster. Finde ich sehr, sehr nice. Aber ich finde es lustig. Einfach mega random. Shop-Aktualisierung. Das ist neu. Und die Kudos sind neu dazugekommen. Also jeder von euch bekommt einfach gratis Kudos auf Vollgeist-Nacken. GG, einmal abholen. Finde ich cool. Sollten die ruhig mal öfters machen, ganz ehrlich. Ansonsten gerne, gerne CC benutzen. In Vollgeist-Fortnite. Kurs geht raus. Und das war es dann auch hier schon mit der kurzen Info.